Hallo alle zusammen. Erfahren Sie, wie Sie Windows 11 optimieren und Ihren Computer beschleunigen können. Die Leistung des Dativsystems Windows 11 ist im Vergleich zu vorfälligen Windows 10 verbessert. In der neuen Version des Dativsystems hat Microsoft die Speicherverwaltung, die Versplattennutzung, die Anwendungsoptionisierung und verschiedene andere Faktoren im Zusammenhang mit der GPU- und Akkuleistung verbessert. Bei vielen Nutzern, insbesondere bei denen die Windows 11 auf nicht unterstützte Geräte installiert haben, kann es jedoch zu Leistungsproblemen kommen, anschließend Verzögerung und gelegentlichen Einfliegern. Auch wenn es in den Pre-Insider-Boots noch kleinere Probleme gibt, zeige ich Ihnen ein paar bewährte Möglichkeiten, wie Sie Windows 11 schneller machen und seine Leistung verbessern können, indem Sie Ihren Computer beschleunigen. Wenn Ihr PC unter einer neuen Version des Dativsystems einfriert und schlecht läuft, sollten Sie als erstes nach Updates suchen und Ihr System aktualisieren. Öffnen Sie das Start-Menü, einstellen, Windows Upgrade Center, nach Updates suchen. Wenn etwas Neues in der Liste erscheint, müssen Sie es herunterladen und installieren, um dass das System neu startet. Ein Neustart kann auch bei gelegentlichen ermöglichen Problemen helfen, die Ihren PC verlangsamen. Um die Startzeit des Betriebssystems zu verkürzen, deaktivieren Sie die automatische Ausführung von Programmen. Einige Programme werden zusammen mit dem System gestartet und verlangsamen so dessen Startzeit. Um Start-Anwendungen wie OneDrive, Microsoft Teams und NG zu aktivieren, öffnen Sie Anstellungen, Anwendungen, Automatisch laden und deaktivieren Sie nicht benötigende Anwendungen aus dieser Liste. Um Anwendungen von Drittanbieter zu aktivieren, öffnen Sie den Test-Manager, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf Start-Menü, Test-Manager, klicken Sie hier auf Merk, und öffnen Sie die Registerkarte Automatisches laden, markieren Sie die gewünschte Anwendung und klicken Sie unten auf Deaktivieren. Die Hauptmerkmale von Windows 11 sind flüssige Animationen und schärfe, transparente UL-Elemente und so weiter. Die neuen UL-Änderungen geben Windows 11 wirklich ein neues Aussehen. Aber auch hier müssen Sie für all diese Animationen bezahlen, vor allem wenn Sie keinen eigenen Graphic-Prozessor haben. Wenn Sie also möchten, dass sich Windows 11 auf die Leistung und nicht auf das Aussehen konzentriert, können Sie die Einstellungen entsprechend anpassen. Öffnen Sie Einstellungen, Personalisierung, Farben. Deaktivieren Sie hier die Transparenz-Effekte, Klicken Sie dann in der linken Seitenleiste auf Spezial-Futures und rechts auf Usual-Effekte. Deaktivieren Sie hier Transparenz-Effekte und Animation-Effekte. Klicken Sie dann mit der linken Maustaste auf das Start-Menü und suchen Sie nach Erweitere Systemeinstellungen anzeigen. Im Fenster-System eingeschafft, das sich öffnet, öffnen Sie im Amtschnitt Leistung die Einstellung geht. Wählen Sie in der Liste die Option die beste Leistung sicherstellen. OK, übernehmen. Die visuellen Effekte des Computers werden reduziert und er wird auf eine schnellere Leistung eingestellt. Wenn Sie bei einem Laptop die maximale Leistung von Windows 11 wünschen und Ihnen die Akkulaufzeit egal ist, sollten Sie das Energieverwaltungsschema ändern. Öffnen Sie Einstellungen im System, Herunterfahren und Akku. Wählen Sie unter Energiemodus die Option maximale Leistung aus der Dropdown-Liste. Mit der Zeit können Sie die Dateien auf Ihrer Festplatte dann splittern, was auch die Leistung Ihres Systeme beinträchtigen kann. Um dieses Problem zu lösen, können Sie Ihre Festplatte mit dem Defermentierungstuhl defermentieren. Öffnen Sie Einstellungen, Speicher, Erweiterte Speicheroptionen, Festplattenoptimierung. Wählen Sie Ihre Festplatte in der Liste aus und klicken Sie auf Optimieren. Beachten Sie, dass die Defermentierung nicht empfohlen wird, wenn Sie eine CD verwendet. Dadurch wird die Lebensdauer Ihrer CD verkürzt. Wenn Optimieren nach Zeitplan deaktiviert ist, klicken Sie auf Anstellungen ändern. Aktivieren Sie die Option nach Zeitplan ausführen und wählen Sie die Häufigkeit aus. Eine Häufigkeit von wöchentlich wird als optimal angesehen. Die Defermentierung der Festplatte nimmt einige Zeit in Anspruch, von einigen Minuten bis zu einigen Stunden, je nach Speichermänner und Fragmentierungsgrad. Wenn Sie eine Festplatte für Ihr System haben, ist es an der Zeit ein Upgrade auf eine CDB in Betracht zu sehen. Die Leistung wird sich erleblich verbessern und Sie werden verstellen, wie schnell Ihr Betriebssystem erfährt, wenn Sie dies tun. Heutzutage ist es nicht empfehlend wert, das System auf der Festplatte zu installieren. Und wenn Ihr Computer einfriert, wenn Sie viele Fenster öffnen, müssen Sie wahrscheinlich den Arbeitsspeicher erweitern. Liebe Freunde, wenn Sie gelöschte Daten wiederherstellen wollen, verwenden Sie die Programme der Firma Hetman Software. Folgen Sie dem Link aus der Beschreibung, laden Sie das Programm kostenlos herunter und installieren Sie es. Führen Sie dann die Festplattenanalyse durch. Nach der Analyse zeigt das Dienstprogramm die für die Wiederherstellung verfügbaren Dateien an und Sie können sie rückgängig machen. Unser Blog bietet kurze Tutorials zur Lösung von Problemen, die Windows-Benutzer haben. Auf unserem Kanal und im Blog finden Sie eine Lösung für jedes Problem. Beginnen mit der Installation des Systems bis zur Remote-Verwaltung und verbinden mobiler Geräte. Unsere Experten beantworten gerne Ihre Fragen in den Kommentaren zu Videos und Artikeln. Damit Sie schneller und bekrämer arbeiten können, startet Windows 11 einige Hintergrund Anwendungen neu, nachdem Sie sich bei Ihrem Computer angemeldet haben. Wenn Sie einen lehrungsstarken Computer haben, kann dies eine gute Funktion sein. Bei älteren Computern hilft die Deaktivierung jedoch, Windows 11 zu beschleunigen. Öffnen Sie die Anstellungen, Content, Anmelden Optionen, Deaktivieren Sie unter Erwartete Optionen die Option Neue gestartete Anwendungen und automatisch Speichern. Und wenn Sie Programme auf Ihrem Computer installiert haben, die nicht mehr gebraucht werden, sollten Sie diese entfernen. Nötige Programme können im Hintergrund ablaufen oder sich automatisch aktualisieren. Alle diese Programme verbrauchen RAM und KPU-Ressourcen und verlangsamen Ihren Computer. Außerdem belegen Sie Speicherplatz und hinterlassen Müll in der Registrierung. Öffnen Sie Anstellungen, Anwendungen, Anwendungen und Funktionen. Suchen Sie hier nach nötigen Anwendungen. Klicken Sie auf die drei Punkte neben Ihnen und wählen Sie Loschen. Die Powerdateien, die aus dem Systemlaufwerk gespeichert sind, können Ihren PC ebenfalls verlangsamen. Um sie zu entfernen, geben Sie zu Anstellungen Systemspeicher und temporäre Dateien. Wählen Sie aus, was Sie entfernen möchten, zum Beispiel temporäre Internetdateien, Miniatürbilder und klicken Sie auf Dateien löschen. Um Ihren Nutzen des Datensystems zu verbessern, erhalten Sie häufig Benachrichtungen sowie Tipps und Hinweise. Zu diesem Zweck wird Ihr Computer gescannt, was die Leistung Ihrer Computer beanträchtigen kann. Um diese Funktion zu deaktivieren, öffnen Sie ein Stelligen System Benachrichtungen. Hier gibt es zwei Optionen. Vorschläge zur Gerätekonfiguration, Anzeigen und Tipps und Vorschläge zur Verwendung von Windows erhalten. Deaktivieren Sie diese beiden Optionen. Außerdem gibt es eine Reihe von Anwendungen, die im Hintergrund laufen. Sie sind Anwendungen ohne grafische Benutzeroberfläche. Im Gegensatz zu den Standardprogrammen, laufen solche Anwendungen, sobald sie installiert und konfiguriert sind. Kontinuierlich in einem geschützten Modus auf dem Computer. Um sie zu deaktivieren, klicken Sie mit der Rechnenmaustaste auf das Startmenü und öffnen Sie Anwendungen und Funktionen. Wählen Sie die Anwendung aus der Liste aus und klicken Sie auf die drei Punkte Erweiterte Einstellungen. Stellen Sie hier die Auflösung für die Hintergrundanwendungen auf Nie ein. Um eine im Hintergrund laufende Anwendung zu schließen, klicken Sie mit der Rechnenmaustaste auf das Startmenü und starten Sie den Task Manager. Wählen Sie die Anwendung aus der Liste aus und klicken Sie auf Test anbrechen. Als nächstes können Sie die Virtualisierung-Based Security WBS deaktivieren. Dies ist eine neue Funktion in Windows 11, die das Betriebssystem vor sicherem Code und Malware schützt. Sie ist Teil der Hypervisual Code Integrität. Aufgrund dieser Sicherheitsfunktion ist die Spielleistung zwischen 5 und 25 Prozent gesorgt. Wenn Sie Spiele spielen und maximale Leistung in Windows 11 wünschen, können Sie diese WBS-Funktion einfach deaktivieren. Suchen Sie dazu nach Kernel Isolation, öffnen Sie es und deaktivieren Sie die Option Speicher Integrität. Wenn Sie überhaupt keine Spiele spielen, sollten Sie den Spielmodus am besten ganz deaktivieren. Dadurch werden der DVR und andere Hintergrunddienste im Zusammenhang mit der Xbox gestoppt, was Ihren Computer beschleunigt. Öffnen Sie ein Stellungin, Spiele, Spielmodus und deaktivieren Sie ihn, indem Sie die Spielregeln bewegen. Deaktivieren Sie auch die Xbox Game Bear. Es wird auch empfohlen, einen virtuellen Speicher einzurichten. Die Auslagerungsdatei sollte sich aus dem schnellsten Laufwerk Ihres Computers oder auf dem System Partition befinden. Es ist nicht ratsam, die Dateigroße auf einem automatischen Standardwert oder einen vom System festgelegten Größe zu belasten. Öffnen Sie Einstellungen. Öffnen Sie ein System über das System, erweitern Sie Systemeinstellungen. Öffnen Sie die Leistungseinstellungen, die Registerkarte erweitert. Unter der virtuellen Speicher klicken Sie auf Enter. Deaktivieren Sie die Option Automatische Einstellungen, wählen Sie Auslagerungsdatei gespeichert werden soll und geben Sie die Größe an und klicken Sie auf Einstellen. Starten Sie den Computer neu, um die Einstellungen für den virtuellen Speicher zu übernehmen. Windows 11 verfügt über ein spezielles Dienstprogramm zur Behebung von Leistungsproblemen. Suchen Sie nach dem System Wartung und führen Sie das Dienstprogramm zur automatischen Durchführung von Wartungsaufgaben aus weiter und dann versuchen Sie, die Feilerbehebung als Administratum durchzuführen. Es wird empfohlen, dass Sie Ihren Computer nach Abschluss der Diagnose neu starten. Wenn Sie ein Lexamus für das Plattenlaufwerk haben, kann es auf Ihrem Computer zu Entpässen kommen, die auf die Belastung dieses Laufwerks zurückzuführen sind, möglicherweise aufgrund einer aktivierten Systemdatei-Difizierung der Zwischenspeicherung von eingeschafften und Suchergebnisse für Dateien. Suchen Sie im Suchfeld die Anwendungsdienste und führen Sie sie aus. Suchen Sie in der Liste den Dienst Windows Server und aktivieren Sie ihn. Er klickt auf den Dienst eingeschafften, anhalten und übernehmen. Starten Sie dann das System neu. Sobald der Dienst gestoppt ist, wird die Suche langsamer als gewöhnlich sein, aber die Systemleistung sollte sich verbessern. Windows 11 sollte nach der Installation stabil und schnell sein. Es sei dann, einige Komponenten sind veraltet oder gar nicht vorhanden. Wenn neue Aktualisierungen verfügbar sind, wird empfohlen, diese zu installieren. Wenn die Treiber veraltet sind, kann das Gerät nicht richtig mit ihnen funktionieren. Dadurch wird die optimale Leistung beeinträchtigt und der PK wird insgesamt langsam. Um Windows 11 zu beschleunigen, müssen Sie Ihre Treiber auf dem neuesten Stand halten. Wenn Sie mehr als ein Betriebssystem auf Ihrem PK haben, wird beim Verfahren, das stattmäßig 30 Sekunden dauert, eine Liste der Betriebssysteme angezeigt. Sie können diese Zeit reduzieren oder deaktivieren, um das Button zu beschleunigen. Öffnen Sie Einstellungen, System, über das System, erwartete Systemeinstellungen, unter Button und wieder erstellen, öffnen Sie Einstellungen. Ändern Sie die Uhrzeit oder deaktivieren Sie diese Option. Mit der folgenden Speicherkontrollfunktion kann das System den freien Speicherplatz überwachen und verwalten. Sobald die Funktion aktiviert ist, wird der Speicherplatz automatisch von unnötigen Dateien befreit. Um sie zu aktivieren, öffnen Sie Ihr Einstellungen, System, Speicher, Speichersteuerung aktivieren. In den erweiterten Einstellungen können Sie einen Reinigungszeitplan festlegen und bestimmen, welche Dateien gelöscht werden sollen. Jetzt kennen Sie die Hauptgründe für die Versammlung des F10 und die Methoden, die zur Beschleunigung von Windows 11 betreiben können. Wenn Sie diese Liste ergänzen möchten, hinterlassen Sie Ihre Kommentare unter dem Video. Das war's. Ich hoffe, dieses Video war für Sie nützlich. Vergesst nicht unseren YouTube-Kanal abonnieren. Daumen hoch, wenn Ihnen das Video gefallen hat. Stellen Sie Ihre Frage in den Kommentaren unter dem Video. Vielen Dank für zu schauen. Tschüss.